Letzte Woche noch vorgestellt am 23.08.2018 und heute schon in der Auslieferung, dank DHL Express, hat der Mavic 2 Pro von DJI schon den Weg hier zu uns nach Köln gefunden und heute wollen wir uns mal das Unboxing ansehen. Dann kommen wir hier mit dem Verpackungsview sozusagen und die Mavic 2 Pro hat ja im Gegensatz zum Zoom quasi einen Hustleblatt-Sensor oder vielmehr eine Hustleblatt-Kamera, die hier vorne auch nochmal drauf ist. Die wirkt deutlich wuchtiger als das Zoom-Objektiv, das ist auch ein 1-Zoll-Sensor, das heißt deutlich größer als der bei der Zoom. Nebenbei erwähnt, der Originalkaufpreis 14,49 Euro, weil wir es direkt mit Erscheinen gekauft haben. Ja, 4K, 10-Bit-HDR-Video ist mit dabei und die 8 Kilometer Reichweite, 31 Minuten Flugzeit und 72 Kilometer Höchstgeschwindigkeit. All das gucken wir uns aber in einem des späteren Videos nochmal an. Wir schauen uns auch die Reichweite an, die Akkulaufzeit und natürlich auch die Geschwindigkeit, während hier auf der anderen Seite der Verpackung, wie ihr sehen könnt, nicht mehr viel zusätzliche Informationen drauf sind. Dass das Ganze nachher die App im Google Play Store und im App Store vorhanden ist, denke ich, dürfte wenige Leute nur überraschen. Ja, hier haben wir nochmal die Rückseite und auch auf der anderen Seite steht dann nicht mehr viel drauf. Bei DJI ist ja immer nur so ein bisschen die Marketing-Dinge stehen vorne drauf. Die haben wir gerade schon gesehen und ansonsten gibt es da nicht viele Zusatzinformationen. Deswegen würde ich sagen, wir springen auch gleich direkt rüber zum Unboxing und packen das Ganze mal aus. Ja, dann würde ich sagen, legen wir auch schon los und schauen mal, ob denn die Wertigkeit der Verpackung im Vergleich zur Mavic Air, die habe ich ja schon gehabt oder auch zur Mavic Pro, ob die das gleiche Niveau hat. Das sind die beiden Drohnen, die ich bisher von DJI hatte. Also insofern habe ich da ein bisschen was als Vergleichsmaterial sozusagen. Und im ersten Schritt, dann nehmen wir hier einfach mal die Folie ab, die hier draußen drum ist. Dann haben wir hier so einen Papierschuber oder Pappschuber, in dem dann eine kleine schwarze Kiste ist, wenn man das so ausdrücken möchte. Und wo geht das Ganze auf? Gucken wir hier mal. Das scheint tatsächlich aufzuklappen zu sein. Ah ja, da ist oben. Das Ganze ist nochmal versiegelt und da seht ihr auch, in welche Richtung ihr das Ganze öffnen müsst. Von daher hier auch nochmal das Siegel durchschneiden und dann gucken wir im nächsten Schritt mal, was uns denn da erwartet. Also bisher ist der Eindruck der Verpackung erstmal positiv. Und jetzt schauen wir mal, da machen wir das Ganze auf. Oh, der eine Aufkleber ist verrutscht, gut. Aber ansonsten, das Ganze scheint hier Pappe zu sein, aber es sieht auf jeden Fall sehr hochwertig aus. Ihr könnt es nicht so gut erkennen, hier im Deckel sind sogar noch so schoner, damit quasi das Ganze nicht so hin und her geschuckelt wird. Und dann haben wir hier den Aufkleber für die Fernbedienung, der hat sich ein bisschen gelöst. Aber grundsätzlich erstmal sind hier dann die wichtigen Dinge drin. Die Fly More Combo, das ist etwas anders als beim Mavic Pro. Die gibt es separat, also das heißt, das könnt ihr separat kaufen. Haben wir auch getan, kommt im Laufe dieser Woche noch, machen wir auch ein separates Video zu. Es gibt diesmal, zumindest soweit ich weiß, keine kombinierte Version. Das heißt, ihr könnt nicht die Mavic 2 Pro direkt als Fly More Combo bestellen, sondern ihr bestellt das Zubehörpaket Fly More sozusagen dazu. Ansonsten müsste man ja auch vier verschiedene Kartons vorhalten, also insofern, das macht glaube ich schon Sinn. Und hier haben wir dann die einzelnen Verpackungen. Hier sehen wir die Cablebox, da gucken wir gleich mal rein. Da sind dann wahrscheinlich die ganzen Anschlusskabel drin. Das hier sieht nach Ladegerät aus. Alles wieder einzeln verpackt, so wie man das auch von den anderen DJI Modellen schon gewohnt ist. Also das macht durchaus einen wertigen Eindruck. Und hier scheinen dann die Propeller und ich vermute mal, das bedeutet Bedienungsanleitung noch drin zu sein. Also insofern, ja, ist das in Anführungsstrichen, wenn man zumindest, wenn man vorher gewohnt war, die Fly More Combo auszupacken, ist das hier durchaus übersichtlich. Aber die wichtigsten Dinge sind logischerweise dabei. Zum einen der Mavic 2 Pro, dann das Ladegerät, die Anleitung, die Propeller. Dann haben wir hier, wie gesagt, die Kabelbox und die Fernbedienung. Und das schauen wir uns jetzt gleich alles nacheinander mal nochmal ein bisschen im Detail an. Ja, am Starten wollen wir mit der Fernbedienung. Die sieht weitgehend identisch zum Mavic Pro Fernbedienung aus. Das hat ein Display und hier, dass ihr natürlich, bevor ihr startet, quasi sowohl die Joysticks aufschrauben müsst. Und das ist ja einer der großen Vorteile, die man übernommen hat vom Mavic Air, denn da konnte die Joystick schon abschrauben. Das ist natürlich im Vergleich zum Mavic Pro ein großer Vorteil. Beim Mavic Pro damals war es so, die Sticks waren fest. Und deswegen musstet ihr euch quasi, wenn ihr die transportiert habt, immer noch zusätzlichen Schutz drauf packen, damit das nicht so sehr hin und her ging und nicht schon abgenutzt wurde und so weiter und so fort. Das ist natürlich super gelöst hier mit diesen aufschraubbaren Sticks, die dann auch wieder unten verstaut werden können. Finde ich eine super Lösung. Ansonsten unten sieht der Bereich meines Erachtens nach so aus wie früher auch schon. Da hat sich, glaube ich, nicht viel getan, außer vielleicht die Gummierung außen ist noch dran. Die Anschlussmöglichkeit für das Handy ist, glaube ich, auch identisch. Das Adapterkabel, da gehe ich davon aus, werden wir gleich in der Kabelbox noch die anderen Kabel sehen. Ansonsten hier oben die Antennen sind optisch erstmal identisch, glaube ich. Die Knöpfe sind alle identisch zur Mavic Pro Fernbedienung. Das ist ein bisschen anderes Grau, glaube ich. Das war sonst dunkler, aber ansonsten, glaube ich, optisch weitgehend identisch. Auf der Rückseite die beiden Schultertaster noch, wenn man die so bezeichnen möchte. Und hier die Fernbedienung mit 3950 mAh. Unten drunter noch der USB-Anschluss. Den habe ich früher für mein iPad Mini immer genutzt. Das war ganz hilfreich. Und hier an der Seite könnt ihr jetzt, wo ihr früher den Sport-Mode aktiviert habt, könnt ihr jetzt neben Sport-Mode quasi auch noch den Tripod-Mode aktivieren. Das ist vielleicht ganz hilfreich für diejenigen, die das immer ansonsten in der App nur umgestellt haben. Ja, dann schauen wir nochmal oben drauf. Da hat sich, glaube ich, auch nicht viel getan. Fotoauslöser, Filmauslöser und die beiden Rädchen, um zum Beispiel den Gimbal oder die Gimbal-Einstellung oder Höhe zu verändern. All das hat sich, glaube ich, nicht groß geändert im Vergleich zu den alten Fernbedienungen. Die Fernbedienung ist natürlich nur halb so viel wert, wenn wir nicht hier noch die Anschlusskabel für das Handy letzten Endes drin hatten. In der Fernbedienung selber, wie immer bei DJI, soweit ich weiß, vorinstalliert, ist das Apple oder der Apple-Connector. Lightning-Kabel, um euer iPhone oder iPad oder was auch immer damit zu verbinden. Ansonsten hier noch enthalten ein USB-C-Kabel. Das seht ihr hier. Das brauchen wir, glaube ich, nicht weiter auspacken. Dann haben wir hier noch Ersatz-Sticks, die quasi aufschraubbar sind. Dann haben wir hier, was ist das? Kann man nicht so gut erkennen durch diese Milchfolie. Ich vermute mal, ja, das sieht aus, als wenn das ein USB-C-Micro-USB-Adapter ist. Genau, das sieht sehr danach aus. Vielleicht kann es jemand von euch besser erkennen, aber es sieht aus, als ob es ein USB-C-Micro-USB-Adapter ist. Und ansonsten hier noch die Anschlusskabel. Das kann man hier auch nicht so ganz gut erkennen, aber das sieht aus, wie der Anschluss. Da haben wir einmal Micro-USB und einmal USB-C. Das ist hier der Anschluss für die Fernbedienung. Auf der anderen Seite dann entsprechend der USB-C-Anschluss, sodass ihr eigentlich alle Handys auch verbinden könnt. Ja, losfliegen könnten wir natürlich trotzdem noch nicht, denn was fehlt noch? Wenig überraschend, die Propeller fehlen noch. Die scheinen hier mit den Anleitungen mit in einem Karton zu sein. Ja, genau, da haben wir sie schon. Hier oben noch die Anleitungen und unten drunter dann die Kartons mit den Propellern. Insgesamt sechs Stück. Genau, das dürfte es gewesen sein. Gucken wir erstmal, was wir hier denn dann an den Propellern haben. Ja, das sind tatsächlich veränderte Propeller im Vergleich zum Mavic Pro, aber nicht zum Mavic Pro Platinum. Denn das sind meines Erachtens nach, gucken wir nochmal, ja. Ja, das sind die Propeller vom Platinum, das heißt, die von der Lautstärke her schon optimiert sind. Das werden wir hoffentlich nachher auch merken, dann wenn wir den ersten Flug unternehmen. Die müssten eigentlich schon optimiert sein und von der Lautstärke her denen des Pro Platinum entsprechen. Die Anschlüsse hier unten sind dann auch entsprechend, genauso wie bei den alten Mavics, da können wir dann quasi gleich auch nochmal relativ schnell das Ganze installieren. Dann gibt es wie gesagt hier noch ein paar weitere. Und was haben wir hier noch an Bedienungen? Einmal den Lieferumfang. Ja, Care Refresh, genau. Quick Start Guide, brauchen wir hoffentlich alles nicht. Dann hier noch die zum Intelligent Flight Battery, die Anleitung und dann noch die Safety Guidelines. Genau, ich glaube, das brauchen wir alles nicht. Und ihr braucht die Anleitung erst recht nicht, denn ihr könnt einfach in einem der nächsten Videos sehen, wie die Aktivierung und alles weitere auch funktioniert. Dann kommen wir noch zum Ladegerät. Das sieht auf den ersten Blick erstmal relativ identisch aus im Vergleich zu dem alten Ladegerät. Einzig, der Anschluss sieht eigentlich fast identisch aus. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob dieser Winkel auch bei dem ersten Akku und Ladegerät mit dabei war. Ich würde eher mal sagen, nein. Also das sieht so aus, als ob das Ladegerät ein bisschen anders wäre als das von Mavic Pro. Und hier dann entsprechend natürlich noch das europäische Ladekabel, um das Netzteil dann auch zu benutzen. Das sieht also sehr identisch aus. Ihr habt ja immer noch einen USB-Port dran. Und hier kommt dann entsprechend das Ladekabel rein. Also wenig überraschendes jetzt, würde ich sagen. Ja, und last but not least die Mavic 2 Pro in all ihrer, wenn man so ausdrücken möchte, Schönheit. Und hier, Powering on and off. Ja genau, das ist das gleiche wie früher, nur dass es jetzt quasi einen Leuchtring gibt, sozusagen. Also erstmal sieht das wirklich wieder schick aus. Ist auch von dem zusammengefalteten Zustand her wirklich handelbar. Ich glaube, die kann man super transportieren. Hier seht ihr schon vorne zwei mit Kameras mehr. Und hier den Hasseblattsensor oder vielmehr den Hasseblatkamera nochmal. Hier nochmal hier die Seite. Aber all das gucken wir uns in dem nächsten Video noch an. Da gucke ich mir, gucken wir uns das nochmal zusammen genauer an, wie die ganze, was aufgebaut ist. Was es noch für zusätzliche, für zusätzliche Neuerungen im Vergleich zum alten Stand gibt. Hier jetzt einfach nur mal das Unboxing, sodass ihr den ersten Eindruck mal kriegt, alles weitere dann im Nachgang. Ja, wie gesagt, die Falttechnik ist quasi die gleiche wie vorher. Ansonsten gucken wir uns jetzt nochmal den Akku an. Der hat hier einen leicht veränderten Anschluss. Der ist diesmal unten und nicht oben. Bei der Mavic Pro war der quasi noch oben. Jetzt ist er unten angesiedelt. Also das heißt, die Akkus sind definitiv nicht austauschbar. Ladegerät bin ich mir auch nicht ganz sicher. Würde ich sagen, auch tendenziell eher nein, weil dieser Winkel unten fehlt. Ja, der Akku hat 3850 mAh zu 3830 mAh im alten Mavic. Also insofern ein kleines bisschen mehr. Ist aber ja auch ein bisschen schwerer. Ja, das soll es im Wesentlichen auch schon gewesen sein zu diesem Unboxing. Alles weitere folgt in den nächsten Videos, die ich auch in der Playlist zusammenfasse. Schaut da einfach mal rein. Und in diesem Sinne, Alexa, Kamera aus.